auf kläger stufe 2 sie sind jetzt schon ja ist klar mit der pistole auf 200 meter entfernung kann man machen das glaube ich nicht es glaube ich nicht muss ich einfach sagen ich bleibe hier gleich oben auf der brücke das ist jetzt kein kampfgebiet mehr und ich darf dann nicht mehr stehen natürlich ich mache einen schuss schon schießt mir der panzer hier rein äh was für ein bullshit die geben gas 27 14 8 28 28 11 36 32 eigentlich gar nicht so gut ja aber die treffen halt sachen wo ich mir denk so what the fuck wie mit der pistole ja klar ich schieße zweimal leute an mit einer sniper und die leben weiter ich bin bei dir gespawnt was ja zumindest sehen wir jetzt den krieg mal von der anderen seite ja ich kriege auf den sack von wo ich liege hier rum du liegst leider in einer nicht so guten position ich gebe mich auf ich bin ich bin ich bin ich bin aber endlich mal wieder ein erwischt jetzt Smoken die da. Ja, machen die gut. Oh, der hat doch einen Snap was. Das gibt's nicht. Ich hab keine Munition mehr. Hinter dir war eine Waffenkiste. War gerade noch rechtzeitig. Ich wollte mich gerade freigeben. Ja, hab ich gesehen. Jetzt kam die Katze rein. Keine Atmen für mich. Hinter dir hab ich gesagt. Ja, da war keine. Ich bin nach hinten weggegangen. Jetzt wirst du Ewigkeiten überleben. Ich hab gerade auf jeden Fall keinen schlechten Job gemacht. Und auch auf Entfernung mit der Piste gut gehintet. Du bist tot oder was? Ja, ja. Ich hab in der Runde auch kein Glück. Treff ihn und er geht nicht nach unten. Was? Die sind schon auf C oder was? Äh. Ich find's halt so krass gerade. Auf welche Entfernungen die reinhütten. Mit Waffen, die streuen wie die Seuche. Ja, wobei das finde ich jetzt nicht mal so krass, weil... Im Gegenteil, zudem haben wir nicht... Was? Äh, im Gegenteil, zu denen haben wir quasi nicht viel gespielt. Ja, trotzdem. Aber wie mit der Pistole einen Headshot verteilen auf 200 Meter Entfernung. Ja, mit einem Schuss... ...durch vier Hecken schießen und trotzdem treffen. Ein bisschen Munition soll das. Das Ding ist eine Art zu verletzt. Seid wachsam. Seht ihr das? Ach, da waren zwei. Ach, da waren zwei. Ja, Wahnsinn. Bewegst du dich eh schon hin und her? Ich hab wieder zwei mitgenommen. Ja. Was heißt wieder? Erstmals. So ein Gefühl. Wir haben eigentlich keine Zickets mehr, ne? Keine Ahnung, wann es jetzt hier weitergeht. Ja, die Bomben müssen einmal despawnen nochmal. Ach ja, da war was. Eier. Einmal, Leute. Was ist der kein Problem? Kann ich nicht mehr mehr machen. Wenn ich nicht mehr zahle, kann ich nicht mehr machen. Ich wüß. Ach ja, wir haben keinen Problem. Ich bin ja nicht mehr. Ich bin der Fall im Fall im Fall im Fall. Ja. Und jetzt, als ich gerade auf C gedrückt hab, hat der gesagt. Es zerstört das Ziel. Weiße. Ach so. Und ich dachte nur so... Äh, was? Äh, was? Jetzt geht es weiter. Ja. ja am bunker steht einer ja die sind da überall will mir einer hochhelfen nicht viel zu lachen haben also jetzt kommt es wird halt auch so fucking wenig markiert in dem teil der liegt an der op position ach so der panzer sieht wenn ich okay was denn ich lag im krassen ja wie der mich gesehen genau solche sachen denke ich mir auch die ganze zeit wie wenn wir permanent markiert werden ich komme über den hügel um mich will ich werde instant angeschossen vom panzer ich könnte mir den panzer nehmen steigst du mit ein weiß nicht wo du bist ja was muss ich drücken angewandt bist du drin kommt rein ja mit was schießt du oben mit dem ding mg oder sind ja ok einfach mal schießen wir kann im übrigen das mg heiß laufen ja sehe ich unten rechts ich bin dort der soldat steht direkt neben uns es gibt sie ich komme irgendwo hin 3 zum reparieren und dann wird mir später angezeigt x zum reparieren was sind das für ein bullshit x oder drei und beides repariert wurde irgendwie gar nichts panzerabwehr eine stilhandgranate habe ich abbekommen ok das balancing funktioniert auch gut was die für level zum teil haben brutal die haben alles freigeschaltet und wir krebs noch mit den anfangswaffen rum der typ springt hier rüber ich will auch rüber springen schaffen ich springe über die mauer werden instant zweimal angehittet muss ich nicht checken oder von wo wurde ich jetzt geholt das kann doch nicht wahr sein wie instant werde ich denn bitte markiert wohlgemerkt ich habe für uns doch keine einzige markierung gesehen ich hatte mal ein markier ich habe auch aber die werden wohl nicht angezeigt ich laufe gerade komplett woanders lang um mal von hinten wieder hinzukommen ich bin hinter dir also ich bin gerade bei der runde echt pisst was da kaputt ist und gefühlt wird irgendwie gar nichts markiert feindliche angriffe ist vorbei das ging schnell diesmal rechts natürlich werde ich umgemäht ne dich lässt er durchlaufen war das ein schuss auf uns direkt ach der holt mich auch direkt bist du halt auf einmal stehen geblieben ja ich hatte irgendwas mir wurde was angezeigt mit b keine ahnung versorgungsabruf oder so ja gefühlt steht überall jemand von denen jo c ist down ja ja Ja, ich gehe hinter die Deckung und werde erschossen Boah Ohne Witz Ich finde die Modus kacke Ah, überall Gegner Können wir jetzt mal sterben, ist die Frage Vor allem, den kannst du nicht rausnehmen, den Modus Ja, das ist ein bisschen Den musst du spielen Schön, dass hier Infanterie-Fokus ist aber trotzdem Panzer dabei sind Boom, was war das? Ich glaube, das war eine V-Rakete Jetzt hätte ich was markiert Mir wird das aber komischerweise nicht mehr ordentlich angezeigt, dass ich da was markiert habe Ja, natürlich Der frisst sechs Kugeln Ja, ich bin Ja, ich bin Ja, ich bin